Heute gibt es mal wieder eine Serie oder einen Film über Luchs. Und zwar, du merkst, wir sprechen in der letzten Zeit sehr viel über Luchs, weil das einfach sehr viele Fragen sind, die mich immer wieder erreichen. Und ich möchte dir heute ein ganz spezielles Thema, beziehungsweise eine ganz spezielle Möglichkeit aufzeigen, wie man Luchs sehr einfach, aber wirkungsvoll erstellen kann. Folgendes, lass uns mal direkt einsteigen. Also, ich möchte dir folgende Methode zeigen. Ich kürze das auch erstmal ab, weil dann kriegst du schnell die Lösung. Wir gehen in die Ebenen, also siehst du das Ebenenfenster nicht, gehst du auf Fensterebenen, legen uns eine Farbfläche an und suchen uns jetzt einen, beispielsweise, ich mache jetzt hier mal so einen Cyan-Ton. Okay. Und jetzt gehen wir in den Ebenen-Modus Differenz. Achtung, das ist noch nicht unser fertiger Look. Was musst du jetzt tun? Nimm die Fläche und reduziere sie einmal direkt auf Null. Und jetzt bringst du die Fläche ganz langsam wieder ins Spiel. Wirklich, es reichen kleine Schritte und das wirst du schon sehen. Schau mal. Ein Wert von 10%, was wir plötzlich hier für einen Look generiert haben. Und das ist sehr interessant, weil, ich will jetzt gar nicht zu sehr in das Technische reingehen, aber wir erstellen eine Cyan-flächige, also eine Farbe, die Cyan ist, bekommen aber einen roten Look und je weiter wir reingehen, desto mehr kippt das. Warum ist das so? Lass uns das mal anschauen. Also, ich mache mal hier einen Wert von 7 und gucke dir das mal an. Mit einer einzigen Ebene. Was passiert, wenn du das Ganze noch zusätzlich mit Funktionen kombinierst, mit Blend-If, was wir in dem letzten Video gestern gemacht haben, um das auf ein ganz bestimmtes Segment zu bringen? Ein unfassbar mächtiges Werkzeug. Du kannst auch beispielsweise einen schönen Blauton nehmen. Das wird zu grün. Oder gehen wir mal in einen Gelbton. Ja, und guck dir mal an, was wir jetzt hier bekommen. Sehr spannend. Warum funktioniert das so? Lass mich dir das ganz kurz erklären. Ich lege mal eine neue Ebene an und werde die jetzt mal in drei Teile teilen. Also, machen wir jetzt mal kurz Seitenverhältnis normal. Also, haben wir hier die Tiefen oder beziehungsweise weiß, schwarz und dann machen wir noch eine Ebene und zwar Fläche Föhn, 50% Grau. So, die legen wir jetzt mal nebeneinander. Und jetzt schauen wir uns mal an, was hier eigentlich passiert. Wie gesagt, ich will das gar nicht zu sehr technisch durchleuchten, aber es ist trotzdem spannend zu wissen, was hier passiert. Ich nehme jetzt mal diese Ebene nach ganz oben. Und nehmen wir uns nochmal den zyrenfarbigen Ton und dann sehen wir schon, was hier passiert. Also, denkt daran, wir haben hier auf der rechten Seite schwarz, grau, weiß. Blende ich die Ebene ein, dann sehen wir, dass im Modus Differenz der dunkle Bereich die Farbe annimmt, die wir hier eingestellt haben. Der helle Bereich, und das ist sehr interessant, der wird rot. Warum wird der rot? Wir arbeiten, ich zeige dir gleich, wie du das für dich einfacher verstehen kannst, wenn du das Ganze noch nicht ganz verstehst. Wir arbeiten im sogenannten RGB-Modus. In Photoshop ist das so, dass zu rot, grün, blau die Komplementärfarbe, also die Farbe, die dem gegenüberliegt, CMY ist. Also, das sind zwei Farbräume, mit denen wir arbeiten können. RGB und CMYK. Es gibt noch andere, aber die ignorieren wir jetzt erstmal. Und wenn wir die untereinander schreiben, dann sehen wir hier unsere Komplementärfarben. Und die Komplementärfarbe zu zyren ist nun mal rot. Und deswegen sehen wir rot im hellen Bereich. Das heißt, wenn wir jetzt beispielsweise einmal rot angeben, müssten wir im hellen Bereich zyren kriegen. Machen wir das mal. Und so ist das. Und wenn wir das Ganze sukzessive reinbringen, dann haben wir eine schrittweise Anpassung an diese Farben. Und das Spannende ist, dass je mehr wir die Fläche reinbringen, desto weniger intensiv wird der Mitteltonbereich. Guck mal, bei einer sehr geringen Fläche haben wir einen sehr stark vertretenen Mittelton. Und deswegen funktioniert das auch, dass wir plötzlich so einen spannenden Look bekommen. Weil der Mittelton überwiegend dein Bild beschreibt. In den meisten Fällen. Weiter will ich da gar nicht drauf eingehen. Das ist eine schöne Möglichkeit. Im Übrigen, eine Sache will ich dir noch zeigen. Wenn du beispielsweise den Camera Raw Filter aufmachst und dann dort mal in die Gradationskurven gehst, hast du ja hier oben die einzelnen Farben. Und wenn du da mal reingehst, das funktioniert in Light schon genauso, dann siehst du im Übrigen mal die Komplementärverteilung. Das heißt, gehst du nach oben, hast du Rot, gehst du nach unten, hast du Zyren. Im Grünkanal hast du oben Grün, unten Magenta. Im Blaukanal hast du Blau und Gelb. Es gibt noch einen weiteren Weg, das zu lernen oder sich zu visualisieren. Und zwar ist das die Ebene Farbbalance. In der Ebene Farbbalance hast du drei Regler. Rot, Grün, Blau und dem gegenüber stehen die Komplementärfarben. Und daran kannst du dich orientieren. Das in der Theorie. Achtung, wir arbeiten meistens mit Mischfarben. Deswegen ist das oftmals ein bisschen hinfällig. Aber es ist gut zu wissen, dass das die Art und Weise ist, wie das zustande kommt. Um es mal vereinfacht zu sagen. Also, ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Ausprobieren. Und das Schöne ist, wenn du einmal diese Ebene erstellt hast, dann wählst du deinen Farbton aus. Und ich gehe jetzt mal auf 10%. Das ist eine tolle Look-Anpassung. Ich finde, das sieht schon echt gut aus. Aber du legst einmal deine Ebene an, ziehst den Farbton ganz nach rechts oben. Also volle Intensität und volle Helligkeit. Und jetzt kannst du mit diesem Regler hier einfach nach oben und nach unten gehen. Und du siehst auf der linken Seite, wie dein Bild sich verändert. Ja, und kannst dann so einen recht schönen Look gestalten. Ich habe gesagt, du kannst es noch mit der Technik kombinieren von gestern. Einfach hier hinten einen Doppelklick drauf machen. Und jetzt könntest du natürlich mit Blend If hier unten wieder mit der gedrückten Alt-Taste, wenn dir das jetzt so schnell geht, guck dir das Video von gestern nochmal an, das sehr subtil in dein Bild bringen, sodass du eine sehr angenehme Überlagerung hast. Vorher, nachher und das mit einer einzigen Ebene. Und wenn man nicht so viel quasselt wie ich, dann geht das sogar sehr, sehr schnell. Okay, also Farbfläche anlegen, Ebene-Modus-Differenz, Deckkraft ungefähr auf, äh, nicht Deckkraft, die Fläche ungefähr so auf 10% setzen. Und dann einfach mit dem Farbregler nach oben oder nach unten gehen und einen wunderschönen Look kreieren. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und freue mich auf morgen. Du kannst gerne mal zu uns in die Facebook-Gruppe kommen und dort auch mal deine Bilder zeigen. Wenn du gerade so einen Look gemacht hast, würde mich das sehr interessieren, wie baut sich das in deine Bildwelt ein. Vielleicht kann ich noch ein paar Tipps geben, vielleicht können wir daraus ja auch eine schöne Diskussion machen. Das würde mich sehr freuen. In dem Punkt wünsche ich dir ganz, ganz, ganz viel Spaß. Und ich freue mich auf deine Bilder. Denk daran, die Katzen zu zählen und das unten in die Kommentare zu schreiben. Und dann lade ich dich natürlich auch recht herzlich in meinen WhatsApp-Channel ein. Den Link packe ich jetzt auch nochmal hier unten in die Beschreibung. Auch wenn es dann in den letzten Tagen immer mal wieder so ein paar Probleme gab. Vielleicht klappt es ja irgendwann und ich freue mich, wenn du dann mit dabei bist. In dem Sinne, ganz viel Spaß und ich freue mich auf deine Bilder. Bis morgen.